Herr Hauser, herzlich willkommen hier zur Roten Couch Express während der SPS IPC Drives 2012. Welches Highlight zeigen Sie denn an Ihrem Messestand? Grüß Gott Frau Hertel, wir haben einen großen Messestand mit vielen Highlights, aber die zwei neuen Panel-PC-Familien möchte ich besonders erwähnen. Die zwei Panel-PC-Familien sind für Maschinensteuerung und Fertigungsüberwachung. Sie zeichnen sich aus durch Multitouch-Technologie und eben Whitescreen-Technologie und sind skalierbar für verschiedene Anwendungen. Und was macht das Produkt so besonders? Eben die neueste Multitouch-Technologie und die Whitescreen 16 zu 9 Technologie. Zum einen mit skalierbaren Bildschirmgrößen, von 15 bis 17 Zoll haben wir zum Beispiel in dem OmniClient 3 die skalierbaren Größen und beim größeren OmniClient ist es dann von 15 bis 22 Zoll. Auch die skalierbare Rechenleistung ist wichtig für verschiedene Anforderungen. Wir haben also bei dem MicroClient 3 einen Dual-Core Atom-Prozessor integriert und bei dem High-End OmniClient ist es ein Quad-Core, Core i7 oder Core i5. Und es ist ein projiziert kapazitiver Touchscreen, der hilft Ihnen sogar bei komplizierten Vorgängen, beim intuitiven Bedienen im Multitouch-Bereich eben sehr sichere Bediensicherheit zu gewährleisten und auch komplexe Vorgänge steuern zu können. Auf welchen Markttrend antworten Sie damit? Der eine Markttrend ist aus iPhone und Tablet-PCs. Die gleiche Navigation möchten die Kunden eben in Zukunft an Maschinensteuerung und Fertigungsstraßen auch sehen. Unser anderer ist Whitescreen vom Consumer-Bereich, im TV-Bereich zu Hause. Auch dort hat man einen größeren Platz, um komplizierte Vorgänge darzustellen. Welche weiteren Vorteile bieten Sie damit dem Anwender? Wir haben qualitativ hochwertige Komponenten und Bauteile ausgewählt, um die Total Cost of Ownership zu reduzieren. Das beginnt zum Beispiel bei dem Backlight-Display, das ist auf 50.000 Stunden ausgelegt. Das bedeutet näher an sechs Jahre wartungsfreier Betrieb. Wir haben keine Batterien zum Tauschen für den Datenerhalt, sondern Goldcaps. Die Goldcaps sind wartungsfrei über viele Jahre und somit kann auch dort der Datenerhalt eben hochwertig gesichert werden. Und zum anderen haben wir einen Glastouch, der eben fugen- und kantenfrei ist, leicht zu reinigen ist. Die Oberfläche ist über 65 geschützt. Das heißt, man kann in zum Beispiel Lebensmittelabfüllanlagen, in der Chemieindustrie und so weiter mit dieser glatten Oberfläche die Anforderungen der Kunden zufriedenstellen. Vielen Dank für das Gespräch!